Alle Jahre wieder ist es das Wintersport und Society Event, das Hanenkamm-Wochenende in Kitzbühel. Ein Party-Marathon der Extraklasse, der in diesem Jahr schon zum zweiten Mal für Prominenz aus Wirtschaft und Sport bereits am Donnerstag begann. Bei einer Tombola, für die sich Niki Hosp als Glücksengel zur Verfügung stellt, werden ein Paar Ski, ein Wochenende für zwei Personen, ein Skitag mit dem ÖSV-Nachwuchsgeschwisterpaar Niklas und Hanna Köck und eine Winterjacke verlost. Das urige Ambiente gepaart mit den musikalischen und kulinarischen Highlights lädt zum Netzwerken und anschließenden Party-Machen ein. Abseits der Kameras feiert die illustre Gäste-Char noch bis tief in die Morgenstunden. Wir vergeben das Prädikat wiederholungswürdig und wie man munkelt, wird auch 2017 mit der dritten Auflage dieses Top-Events, das Hanenkamm-Party-Wochenende, wieder auf der Mooralm eingeläutet. Und auch vor der Alm kann man feststellen, Kitzbühel ist nicht weit entfernt.